Die Core i-Serie ist eine Familie von x86 Mikroprozessoren mit Intel 64 Erweiterung des Herstellers Intel, die seit Ende 2008 die Core 2 Familie ablöst. Die Prozessoren basieren auf der Nehalem seit dem Jahr 2011 auch auf der Sandy Bridge, seit 2012 auf der Ivy Bridge, seit 2013 auf der Haswell, seit 2014 auf der Broadwell und seit 2015 auf der Skylake Mikroarchitektur. Namensgebung und Markteinstufung Nach dem Vorgänger Intel Core 2 kehrt Intel bei Markennamen wieder zu Intel Core zurück. Dabei unterteilt Intel mit den Anhängseln i7, i5 und i3 die Prozessoren in Leistungsklassen. Welches Anhängsel ein Prozessor erhält, hängt nicht vom verwendeten Sockel, sondern von den Prozessoreigenschaften ab, wie etwa die Anzahl der Kerne, Hyperthreading-Unterstützung, die Breite der Speicheranbindung und die Unterstützung kurzzeitiger Übertaktungen spielen eine wichtige Rolle. Aber auch andere Features wie Trusted Execution Technology sowie Teile des Caches können bei Prozessoren mit kleineren Modellnummern anhängseln, deaktiviert sein. Die Prozessorserie Core i7 ist zunächst für das Performance- und High-End-Segment vorgesehen, weswegen es auch eine extreme Edition mit freiem Multiplikator in der Tradition bisheriger Serien-Intels gibt. Core i5 ist direkt unter dem Core i7 positioniert. Anfang 2010 folgten dann auch neue Dual-Cores in 32nm-Fertigung, mit denen die älteren Core 2 Duos abgelöst wurden. Im Mai 2016 erweiterte Intel die i7-Serie mit 6, 8 und 10 Kern-CPUs für den Desktop auf Broadwell-E-Basis in 14nm-Fertigung für den Desktop, die nicht ausschließlich auf das Performance-Segment zielen. Trotz dieser groben Einteilung kann man nicht sagen, dass Core i7-CPUs generell schneller sind als Core i5-CPUs oder dass Core i5-CPUs generell schneller sind als Core i3-CPUs, da sich dieser Bestandteil des Namens nicht nur an Leistung, sondern vor allem an Features orientiert. Zudem werden alle Prozessoren mit der Zeit aktualisiert, sodass neuere Prozessoren mit kleinerer i-Nummer sogar erheblich schneller sein können als ältere mit einer höheren i-Nummer. Drei- oder vierstellige Modellnummer Auf die i-Nummer folgt eine drei- oder vierstellige Modellnummer. Diese ist von unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen abhängig. Die Thermal Design Power ist ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Modellnummer, sodass eine langsamere CPU mit geringerem Takt und ansonsten gleichen Features eine niedrigere Modellnummer haben kann als eine schnellere mit höherer TDP. Erste Generation Nach der einstelligen i-Nummer für die Prozessorklasse folgt bei der ersten Generation der Core i-Prozessoren eine dreistellige Nummer. Zwei Generation Bei den im Jahr 2011 erschienenen Prozessoren auf Basis der neuen Sandy Bridge Micro Architektur wird noch eine zwei- vor die dreistellige Modellnummer gesetzt, sodass sich insgesamt eine vierstellige Nummer ergibt. Eine Ausnahme bilden die Modelle Intel Core i7-38XX und i7-39XX. Die Ende des Jahres 2011 von Intel für den Sockel LGR 2011 vorgestellt wurden und auf der Sandy Bridge i-Mikro Architektur basieren, aber dennoch mit einer drei- beginnen. Drei Generation Im ersten Halbjahr 2012 stellte Intel Prozessoren mit optimierter Sandy Bridge Micro Architektur namens Ivy Bridge in neuer 22nm Fertigung vor. Diese stellen die dritte Generation der Intel Core i-Prozessoren dar. Beispiel I7 3770 4. Generation Im Spätsommer 2013 stellte Intel die vier Generation der Intel Core i-Prozessoren vor, deren Modellnummer mit einer 4 beginnt, zum Beispiel Intel Core i7 4770. Diese werden ebenfalls in der 22nm Fertigung hergestellt. 5. Generation Anfang 2015 veröffentlichte Intel die 5. Generation der Intel Core i-Prozessoren, deren Modellnummer mit einer 5 beginnt, zum Beispiel Intel Core i7 5775C. Sie werden in 14nm gefertigt. 6. Generation Im zweiten Halbjahr 2015 veröffentlichte Intel die 6. Generation der Intel Core i-Prozessoren, deren Modellnummer mit einer 6 beginnen, zum Beispiel Intel Core i7-Prozessoren. Beispiel Intel Core i7 6700K. Auch sie werden in 14nm hergestellt. Buchstabenanhängsel direkt an die Modellnummer können ein oder zwei Großbuchstaben angehängt sein. E1 E kann allein oder in Kombination angehängt sein und steht immer für Embedded. X1 X oder in Kombination steht für Extreme, also Prozessoren mit nach oben offenem Multiplikator. Im Desktop-Segment K. Prozessoren mit einem K an die Modellnummer angehängt haben einen nach oben offenen Taktmultiplikator. S oder T. Hier handelt es sich um Desktop-CPUs mit gesenktem oder stark gesenktem Thermaldesign Power. P. Hier handelt es sich um Desktop-CPUs, die ohne integrierte Grafikeinheit ausgeliefert werden. C-Prozessoren mit einem C am Ende der Modellnummer besitzen einen frei wählbaren Multiplikator. Das Anhängsel ersetzt bei Prozessoren mit Broadwell-Architektur das K-Anhängsel. Im Notebook-Segment. LM oder UM. Hier handelt es sich um mobile CPUs mit gesenktem oder stark gesenktem Thermaldesign Power. Ab der QI-2000M-Serie fallen die Kürzel LM und UM aber wieder weg, sodass man nur über das Studieren des Datenblattes etwas über die TDP in Erfahrung bringen kann. U oder Y. Ab der QI-3000-Serie werden Notebook-Prozessoren mit abgesenkter Spannung und einer TDP von weniger als 17 bis 18 Watt mit dem Buchstaben U und weniger als 13 Watt mit Y gekennzeichnet. Anzeichnet QM bei mobilen Quad-Cores wird ein QM für Real-Quad-Core-Mobile angehängt. M bei den mobilen Dual-Cores wird lediglich ein M für Real-Mobile angehängt. Prozessorkerne der Nehalem-Generation. Bloomfield als erster Intel-Prozessor für den Desktop-Markt hat der Bloomfield den Speicher-Controller direkt auf dem Chip integriert. Wie es AMD schon seit den Prozessoren auf Basis der K8-Architektur praktiziert. Der Prozessor verfügt über drei Speicherkanäle. Durch die ähnlich dem bisher üblichen Dual-Channel-Modus je drei identische Speichermodule parallel genutzt werden können, es ist jedoch auch möglich, nur zwei der Kanäle zu verwenden. Als Speichertyp kommt ausschließlich DDR3 RAM mit offiziell bis zu 1333 MHz Takt zum Einsatz. Ein alternativer Einsatz von DDR2 RAM ist nicht mehr möglich. Die Kommunikation zur Northbridge erfolgt durch den sogenannten Quick-Path-Interconnect, welcher je nach Modell mit 9,6-12 in jede Richtung eine sehr breitbandige Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt, ähnlich dem von AMD genutzten Hyper-Transport. QPI löst damit den in seiner Grundform noch aus Urzeiten der X86-Familie stammenden Frontside-Bus ab. Alle Prozessoren mit dem Bloomfield-Kern verfügen über die sogenannte Turbo-Boost-Technologie. Im Fall der Auslastung eines einzelnen Kerns wird der Multiplikator dieses Kerns um zwei Zählerpunkte erhöht, während andere Kerne heruntergetaktet werden. Im Falle der Auslastung von zwei bis vier Kernen werden deren Multiplikatoren um maximal einen Zählerpunkt erhöht, sofern die Auslastung der Kerne nicht die maximale TDP des Prozessors ohne diese Takterhöhung fordert. Cheapsatz für Bloomfield-basierte Prozessoren Aufgrund der Leistungseinstufung stellt Intel als Cheapsatz nur eine teure Variante zur Verfügung, die Intel X58 getauft wurde. Der unter dem Codenamen Tylersburg entwickelte Cheapsatz verfügt, im Gegensatz zu späteren, günstigeren Prozessorserien auf Basis der Nehalem-Architektur, noch über eine klassische Bauweise aus Nord- und Southbridge. Chipsätze anderer Hersteller gibt es nicht für Bloomfield-Prozessoren. Nvidia hatte in einer Pressemitteilung angekündigt, dass die SLI-Fähigkeit für Plattformen mit dem Core i7-Prozessoren über einen Zusatzchip an den X58 realisiert wird. Letzten Endes konnten Intel und Nvidia sich aber darauf einigen, dass Nvidia ähnlich wie ATI eine Lizenz für das Integrieren der Multi-GPU-Technologie in die X58-Chipsätze anbietet. Fehlerverzeichnis der Bloomfield-basierten Prozessoren Intel beschreibt in seinem Specification-Update vom 12. November 2008 für den Core i7 ein Erratum bezüglich des Translation-Lucaside-Buffers, das bereits in früheren Prozessorserien von Intel und AMD auftrat. Bereits vor der Markteinführung wurden aber die Mainboard-Hersteller von Intel aufgefordert, den Fehler durch ein BIOS-Update zu umgehen. Intel geht davon aus, dass die Hersteller dieser Aufforderung auch nachgekommen sind. Linfield Linfield ist ein in 45 Nanometer Strukturgröße gefertigter Quad-Core-Prozessor, der mittelsimultanes Multi-Threading bis zu 8 Threads gleichzeitig ausführen kann. Wie beim Bloomfield sitzt der Speicher-Controller auf dem Prozessor die, im Gegensatz zu diesem spricht der Speicher-Controller von Linfield den DDR3-Speicher im Dual-Channel-Verfahren an. Ebenfalls aus der Bloomfield-Serie stammt die integrierte Turbo-Boost-Technologie, die je nach Auslastung der einzelnen Kerne deren Taktfrequenzen unterschiedlich erhöht, ohne dabei die TDP zu überschreiten. Die maximale Takterhöhung fällt aber stärker aus, als dies beim Bloomfield der Fall ist. Im Fall der Auslastung eines einzelnen Kerns wird der Multiplikator dieses Kerns um 5 Zählerpunkte, im Falle der Auslastung von 2 Kernen um 4 Zählerpunkte erhöht, während inaktive Kerne heruntergetaktet werden. Im Falle der Auslastung von 3 bis 4 Kernen werden deren Multiplikatoren um maximal einen Zählerpunkt erhöht, sofern die Auslastung der Kerne nicht die maximale TDP des Prozessors ohne diese Takterhöhung fordert. Des Weiteren verfügt der Linfield über die Strom-Spa-Funktion ICE, die Taktrate und Betriebsspannung des Prozessors bei Nicht-Auslastung absenkt. Im Gegensatz zum Bloomfield wurde nicht nur der Speicher-Controller, sondern die gesamte Northbridge samt PCI-A-Express-Controller in den Prozessor integriert. Die Kommunikation erfolgt dort weiterhin über den Quick-Path-Interconnect. Auf dem Mainboard ist dementsprechend nur noch eines Outbridge verbaut, die wie bei Intel üblich über ein Direct-Media-Interface angebunden wird. Alle Linfield-CPUS können mit Chipsätzen der Intel 5 Serie eingesetzt werden. Da der Prozessor aber den Sockel 1156 nutzt, kann er nicht auf den für den Bloomfield gedachten X58 Mainboards betrieben werden. Auf die Fertigstellung des Dual-Core-Ablegers Havendale verzichtete Intel frühzeitig zugunsten von Clark-Dyle. Clarksfield Clarksfield ist im Kern-Design identisch zum Linfield. Der CPU-D wird jedoch in ein Chip-Gehäuse für den Sockel 988 gepackt. Zudem werden alle Prozessoren mit einer niedrigen TDP verkauft, da sie für das mobile Marktsegment bestimmt sind. Der maximale mögliche Takt eines Kerns im Turbo-Modus fällt im Verhältnis zum Standard-Takt noch einmal größer aus, als dies bei den Desktop-Modellen auf Linfield-Basis der Fall ist. Letzten Endes hängt aber die Ausnutzung dieses Taktspielraums ganz entscheidend von der Kühlung ab, da sich die Turbo-Boost-Technologie auch an der Temperatur orientiert. Prozessorkerne der Westmeer-Generation Clark-Dyle Die CPU-Kerne des Clark-Dyle entsprechen technisch weitestgehend denen vom Linfield sind aber in 32NM-Verfahren gefertigt. Im Gegensatz zum Linfield besitzt der Clark-Dyle nur zwei Kerne und der Speicherkontroller ist nicht direkt mit den Kernen verbunden, sondern befindet sich auf demgleichen die mit dem GPU-Kern und wird über den QPI angebunden, was im Vergleich zu Linfield zu deutlich höheren Latenzen bei Speicherzugriffen seitens des Prozessors führt. Der Halbleiter-Chip mit dem GPU-Kern und dem Speicherkontroller wird im 45NM-Verfahren gefertigt und bei allen Clark-Dyle-Prozessoren im gleichen Chip-Package wie die CPU untergebracht. Wegen der Verkleinerung der Strukturgröße ordnet Intel die Clark-Dyle-Prozessoren einer neuen Prozessor-Generation mit dem Codenamen Westmeer zu. Im Rahmen der Westmeer-Architektur hat der Clark-Dyle sieben neue Instruktionen, von denen sechs der AES-Verschlüsselung gewidmet sind. Wie Linfield werden die Clark-Dyle-Prozessoren im Sockel 1156 betrieben und können auf Chipsätzen der Intel 5-Serie eingesetzt werden. Die integrierte Grafikeinheit kann jedoch nicht auf Mainboards mit dem P55-Chipsatz genutzt werden, sondern nur mit den neueren Chipsätzen. Die Bildsignale von der integrierten GPU werden dabei über das flexible Display-Interface zum Chipsatz übertragen, wobei FDI auf dem DisplayPort-Standard basiert. Arendale-Arendale entspricht technisch gesehen dem Clark-Dyle, ist aber für den Einsatz in Notebooks optimiert. Deshalb ist er für den Betrieb in Sockeln PGA 988 und PGA 1288 vorgesehen und hat eine gesenkte TDP, welche teilweise mit reduzierten Taktraten und reduzierter Spannung erreicht wird. Ab den Arendale-Prozessoren wurden die Notebooks zudem wie die fähig, insofern auch ein WLAN-Adapter aus der Centrino-Serie vorhanden ist. Gulftown am 11. März 2010 erschienen die ersten i7-Prozessoren mit Gulftown-Architektur. Das erste Modell war der i7-980X Extreme Edition mit einer Taktfrequenz von 3,33 GHz. Bei den Prozessoren mit Gulftown-Architektur handelt es sich um die ersten nativen 6-Gern-Prozessoren von Intel. Da dieser im 32nm-Fertigungsprozess hergestellt wird, ordnet ihn Intel genau wie den Clark-Dyle der Westmeer-Generation zu. Der Gulftown setzt leistungsmäßig oberhalb des Bloomfield an, wird für den Sockel 1366 hergestellt und kann mit dem X58 Cheapsatz betrieben werden. Gulftown unterstützt Hyper-Threading und bringt außerdem spezielle Funktionen zur beschleunigten Verschlüsselung in Form der AES New Instructions, mit Prozessorkerne der Sandy Bridge-Generation. Sandy Bridge Sandy Bridge-Prozessoren gibt es sowohl in der Quad-Core-Ausführung als auch in der Dual-Core-Ausführung mit integrierter GPU. Von der Dual-Core-Ausführung gibt es zwei Varianten. Eine mit der größeren GPU mit 12 Shader-Einheiten und eine weitere mit kleinerer GPU mit lediglich 6 Shader-Einheiten. Auch bei dieser Generation gibt es Modelle für den Desktop-Bereich, die auf dem Sockel 1155 Platz nehmen und Modelle für den mobilen Bereich, die auf die Sockel PGA 988B, BGA 1023 und BGA 1224 setzen. Chipsatz für Sandy Bridge-Prozessoren Zum Betrieb der Sandy Bridge-Prozessoren ist ein Cougar Puan-Chipsatz der Intel 6-Serie notwendig. Ende Januar 2011 wurde bei diesem im B2-Stepping vorliegenden Chipsatz ein Hardware-Book entdeckt, der zu einem Produktionsstopp und zunächst zu einer Rückrufaktion von Seiten Intels führte. Die Fertigung des Chipsatzes wurde zum gleichen Zeitpunkt auf eine vom Fehler bereinigte B3-Stepping-Version umgestellt. Später entschied sich Intel, die Chipsätze im B2-Stepping-Anno EMS weiter zu verkaufen, da nur die vier SATA 3 bis Gigabits pro Sekunde Ports von dem Problem betroffen sind und bei Nutzung der beiden verbliebenen SATA 6 bis Gigabits pro Sekunde Ports keine Probleme entstehen. Solche Mainboards könnten dann in Notebooks und Komplettsystemen eingesetzt werden, in denen nur zwei Laufwerke im System verbaut sind. Zudem können noch zusätzliche SATA 6 bis Gigabits pro Sekunde Ports durch Zusatzchips realisiert werden. Sandy Bridge-E Die im Desktop-Segment verkauften 6-Gern-Modelle sind eigentlich native 8-Kerner mit 2 deaktivierten Kernen. Einen integrierten Grafikprozessor haben diese Prozessore nicht. Dafür bieten die integrierten PCI-E-Controller mehr als doppelt so viele Lanes an, als dies beim Sandy Bridge der Fall ist. Der Petsbook Cheapsat 6-79 wird nach wie vor mittels DME mit 20 GBit angebunden. Aufgrund der zusätzlichen PCI-E-Lanes, dem Quad-Channel-Speicher-Controller, als auch der Abstammung der CPU aus dem Server-Segment, wo auch noch QPI-Schnittstellen zum Anbinden weiterer CPUs vorhanden sind, wächst die Sockel-Pinanzahl auf 2011 Pants an. Im Februar 2012 stellte Intel auch einen Quad-Core-Ableger für den Sockel 2011 vor. Das Prozessor-Design ist, bis auf den verkleinerten L3-Cache sowie weniger Kerne und damit auch weniger Transistoren und kleinerer Chip-Fläche, identisch zur Acht-Kern-Version. Allerdings bietet die Quad-Core-Variante keinen offenen Multiplikator. Prozessor-Kerne der Ivy-Bridge-Generation Ivy-Bridge-Prozessoren sind sowohl als Quad-Core als auch als Dual-Core-Versionen verfügbar. Wie schon bei der Sandy Bridge gibt es Varianten mit vollständiger Ausbaustufe der GPU mit 16 Shader-Einheiten, aber auch solche mit lediglich 6 Shader-Einheiten. Chipsets für Ivy-Bridge-Prozessoren Ivy-Bridge-Prozessoren sind grundsätzlich kompatibel zu den Intel 6-Serie-Chipsätzen für die Sandy-Bridge-Prozessoren. Zusätzlich führt Intel mit Ivy-Bridge neue Intel 7-Serie-Chipsätze mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen, wie etwa USB-3,0-Schnittstellen, ein. Auf vielen Mainboards mit ursprünglich für Sandy-Bridge-entwickelten Chipsätzen konnten aufgrund des gleichen Sockels nach einem BIOS-Update Prozessoren der Ivy-Bridge-Generation eingebaut werden. Für die Nutzung von PCI-A-Express 3,0 ist ein Prozessor der Ivy-Bridge-Reihe erforderlich, da nur Ivy-Bridge-Prozessoren den dafür notwendigen Controller besitzen. Prozessor-Kerne der Haswell-Generation Haswell-Prozessoren sind sowohl als Quad-Core als auch als Dual-Core-Versionen verfügbar. Sämtliche bisher erhältlichen Modelle enthalten eine integrierte GPU. Im Gegensatz zur vorhergehenden Generation setzen Haswell-Prozessoren auf den neu entwickelten LG A1150 Sockel. Sie sind somit nicht kompatibel zu den Mainboards der Vorgängerserien. Chipsatz für Haswell-Prozessoren Haswell-Prozessoren sind nicht kompatibel zu den Chipsätzen für die Ivy-Bridge-Prozessoren. Zusätzlich führt Intel mit Haswell neue Chipsätze mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie etwa mehr USB-3,0-Schnittstellen ein. Schwächen Zahlreiche Hardware-Hersteller beklagten, dass Prozessoren der Intel QE-Serie unter Volllast zur Überhitzung neigen und bei gleichem Takt heißer werden als die Vorgänger-Prozessoren. Ursächlich hierfür ist ein von Intel mit Einführung der Generation Ivy-Bridge verändertes Produktionsverfahren, Nachdem der Raum zwischen dem die bzw. dem ungehäusten Prozessor und dem Heatspreader mit einer Wärmeleitpaste aufgefüllt wird. In der vorherigen Prozessor-Generation wurde dieser Bereich teilweise noch fest verlötet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017